So, Forellensee Rosenweiher, 26.10. Goldforellenbesatz, guckt euch das an, Premium, absolute Champions League, einmalig im Norden, Helder ist voll, im anderen Helder sterile Lachsforellen, bis 5, 6 Kilo. Morgen richtig geiler, dreifacher Besatz, Forellenmittwoch, das absolute Armageddon im Norden, Donnerstag kommen für euch die großen sterilen Lachse rein, auch für Tagesangler, herrlich, guckt euch das an, lasst einen Augenblick laufen, so geht Fisch. So, so, so schön.